Hier mir obliegt noch kurz der dritte Impuls und ich möchte nur auf zwei Seiten der einer Medaille kommen. Erstens, die Essenz des Zen ist einfach formuliert, nämlich es ist die Gegenwart. Die Einsicht besteht darin, dass es nur Gegenwart gibt. Wenn wir an die Vergangenheit denken, tun wir es jetzt. Auch wenn wir uns die Zukunft vorstellen, tun wir es jetzt. Die Gegenwart ist. Wenn es nur die Gegenwart gibt, kann man sie auch letztendlich nicht erlernen, weil es sie schon gibt. Wenn man sie auch nicht wirklich erlernen kann, bräuchte man auch keinen Lehrer, weil das, was zu erlernen ist, ist schon. So gesehen ist sicherlich, zumindest aus meiner Erfahrung, eine wichtige Voraussetzung, dass es nicht wirklich einen Zen-Lehrer oder einen spirituellen Lehrer gibt. Denn das würde voraussetzen, er hätte was, was ich nicht habe, er kann was, was ich nicht kann oder er ist was, was ich nicht bin. Denn der wirklich einmalige Ausspruch, der zugeschrieben wird dem Shakyamuni Buddha nach seinem Erwachen, war ja nicht, wow, ich habe es, sondern wie wunderbar, alle sind es. Alle, nicht nur ich. Deswegen kam er da nicht zu den Leuten und sagte, ich habe es ihr nicht, Kuckuck und jetzt 10 Euro pro Person und ich zeige es euch, wo es lang geht. Das haben wir dann später daraus gemacht. Aber es ist so gesehen nicht notwendig. Trotzdem ist es oft gut und viele von uns, ich gehöre auch dazu, haben die Erfahrung machen können, dass der Umgang mit einer Person, die diese Erfahrung gemacht hat, schon auch was mit uns macht. Aber selbst das ist verrückt, denn was soll denn das etwas mit mir machen, wenn es nur Gegenwart gibt? Was macht was mit wem? Das ist nicht so wortwörtlich eindeutig, damit wir dann sagen können, ja, in der Gegenwart mit oder dank der Person habe ich. Dann vielleicht nochmal einen anderen Aspekt, der in diesem Zusammenhang einen Sinn machen könnte. Der Sinn ist folgender. Wenn es nur Gegenwart gibt und die Gegenwart auch die Qualität unseres Bewusstseins ist, da zu sein, dann ist es gefühlt oft nicht so, gefühlt sind wir nicht da, weil wir gedanklich woanders sind. Dieses woanders existiert aber nicht, nur als gegenwärtige Vorstellung. Es ist ja nicht woanders. Ich bin auch nicht dort, sondern ich bin in der gefüllten Vorstellung von woanders, das heißt gefühlt weder hier noch dort. Jetzt. Wer ist denn dann ein Lehrer oder mein Meister? Es ist immer die Person, die in dem Augenblick zwei russische Puppen gegenwärtiger ist als ich. Und das ist nicht immer die Person, wo Meister draufsteht. Denn das hat man ja nicht. Also das ist nicht, ich hatte vor zwei Jahren eine Erfahrung, ja, das war vor zwei Jahren, ich habe vor drei Jahren Urlaub gemacht, aber was nützt mir das bei der heutigen Erschöpfung. Es gilt immer nur, entweder jetzt oder nie. Das heißt, die Frage nach dem Meister ist nicht die Frage, ich fahre zu irgendeinem hin, denn es kann sehr gut sein, dass dieser heute so schlecht drauf ist, dass deine Gegenwart verhältnismäßig oder im Verhältnis zu deiner viel schlechter ist. Nein, nein. Gegenwart ist. Und wir haben sie weder gepachtet, noch besitzen wir sie. Deswegen ist auch ein Kontinuum dieser Übung von Notwendigkeit und das haben wir gestern wie heute schon öfters mal gehört und das bleibt auch so. Keine Harz. Was macht aber die Beziehung, beziehungsweise auch das Ganze oft schwierig? Warum ist plötzlich jemand nicht Lehrer oder nicht gegenwärtig oder warum fühlt sich jemand von uns bedürftig, dass er nach etwas anderem sucht, auch bei einem Lehrer und hofft von ihm etwas zu bekommen, was immer voraussetzt, ich habe es nicht oder ich bin es nicht. Ich wage nur zu erwähnen, dass es vielleicht der Zustand der Angst ist. Angst ist kein Gefühl. Gefühle begleiten die Angst, aber Angst selber ist noch kein Gefühl. Angst ist ein Zustand und das Wort beschreibt es selber sehr gut. Angst heißt, angustius, enger werden. Das ist nicht unangenehm, schlecht oder einfach enger werden. Aus welchen Gründen auch immer hat das Bewusstsein die Fähigkeit, unter Umständen enger zu werden. Das enger werden bedeutet aber, dass es etwas gibt dann, was nicht in dieser Enge drin ist, sondern ein Außerhalb ist. Dank der Fähigkeit enger zu werden, gibt es dann ein Außerhalb und Innerhalb. Deswegen ist die Angst der Zustand des sich Schützens vor etwas, was ich nicht im Bewusstsein halten kann, das heißt, was nicht gegenwärtig ist für mich. Und das ist ein ganz verrückter Zustand. Ich hoffe, dass wir ihn noch viel, viel mehr erforschen werden, auch in vielen Bereichen der Wissenschaft, auch natürlich im Sitz und in der Spiritualität, um genau hinzugucken, wie das ist und was passiert. Aber es passiert. Und Gott sei Dank, weil sonst säße keiner von uns hier. Wenn wir nicht in der Lage wären, uns enger zu machen und das, was sehr schmerzhaft war, in Einführungsstrichen, als außerhalb zu betrachten. Nun aber hat dieser Zustand einen verdammt hohen Preis. Und der Preis ist, dass wir diese Enge nicht mehr ganz auflösen und nahezu ständig aufrechterhalten. Das, was wir vielleicht ich nennen, ist ein Mechanismus, der diese Enge länger, als die Umstände es wollen, aufrechterhält. So wie Doris vorher sagte, zu weinen, wenn es schmerzhaft ist, ist kein Problem. Aber wir weinen öfters, als es schmerzt. Weil wir uns vieles vorstellen, was noch schmerzen könnte und deswegen heulen wir. Das heißt, wir haben den Zustand des Enge-Seins perpetuiert. Und dann erscheint uns das Versprechen, es wird toller, besser und so weiter als gut. Und das wird gekoppelt an bestimmte Personen, von denen wir meinen, die haben irgendetwas. Aber auch die sogenannten Lehre sind nicht angstfrei. Denn je nach Umstand wird er enger. Und es kann sein, dass wenn er die sieht, enger wird. Oder umgekehrt. Das alles geschieht. Deswegen will ich nur so als kleinen Impuls für die späteren Gespräche auch reinwerfen, dass wir letztendlich, und das ist wichtig, alles, wir sind es schon. Wir müssen es nicht werden. Die klassische Zen-Übung ist kein Weg, etwas zu erreichen oder etwas zu werden, weil wir es schon sind. Das ist, wenn überhaupt, eine Bewusstseinsübung und nicht eine Werde-und-Mache-Übung. Deswegen ist ein sogenannter Lehrer oder Meister uns nicht voraus. Und wenn er in dem Augenblick nicht gegenwärtiger ist als wir, dann schon gar nicht. Deswegen verlangt auch die Lehre- und Schülerbeziehung eine sehr große Verantwortung von uns, immer schon. Und nicht, dass ich verlassen auf jemanden, wo da ein Titel oder Name davor steht. Das zählt nicht. Wir müssen wach sein. Und wach genug. Und wenn wir wacher sind, dann reicht es schon. Und irgendwann mal können wir uns als diese Wachheit begegnen, wenn der genannte Lehrer auch wach ist. Aber das passiert auch nicht immer. Deswegen sind die Beziehungen oft verrückt. Manchmal verrücke ich oder er oder sie. Deswegen die Bitte ist, lass uns Wachheit üben. Nicht in der Abhängigkeit von einer Person. Und auch nicht auf sie hin. Denn das funktioniert nicht immer und es führt zu sehr vielen Enttäuschungen, weil das meistens mit Projizierungen was zu tun hat. Wir sind es, wir haben es. Die Enge macht gefühlt davon ein, ich habe es nicht, ich bin es nicht. Aber es ist das, was ich mache und keiner wird mir die Enge nehmen können. Das geht nicht. Und in dieser Wahrheit besteht die Übung von beiden Seiten mit großer Aufmerksamkeit natürlich. Wenn auch die Lehrer es schaffen, bei einer Begegnung oder im Einzelgespräch wacher zu sein und auch nicht mechanisch etwas zu machen, ist der Raum natürlich, auch wie wir gestern sehr gut gehört haben, ist spürbar größer, aber nur deswegen, weil einer ihn verkörpert. In dem Sinne, dass er da nichts reinstellt und vorstellt. Er reagiert nicht auf Vorstellungen, auf Angriffe, auf Wünsche und so weiter und so fort. Es ist nur Dasein. Bis wir vielleicht merken, dass es darum geht, um das So-Sein und nicht Ander-Sein, Besser-Sein haben wollen und, 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 und. Solange möge die Gegenwart eines Leeres halten. Eben ein bisschen länger als unsere. Hält sie, könnte man von Lehrer-Schüler-Beziehung sprechen. Hält sie nicht, ist sie keiner. Deswegen wird von jedem von uns, ob wir auch als Eltern unseren Kindern gegenüberstehen, ist alles Lehrer-Schüler-Beziehung. Die verlangt aber von uns eben diese zwei russische Puppen mehr Gegenwart. Dann könnten wir vielleicht uns in dem Augenblick ein bisschen mehr als natürliche Autorität verstehen. Und das habt ihr auch in klassischen bestimmten Betrieben, wo je nach Höhe der Chirarchie Lehrer der Schreibtisch wird. Nicht, weil er nichts mehr zu tun hat, sondern er, sondern weil die betroffene Person sich nur noch da ist und alles hält in der Aufmerksamkeit. Und nicht sich in einer Vereinzelung völlig verliert, um da was rumzufummeln. Es ist die Verkörperung der Gegenwart. Es ist so ähnlich wie der Dirigent eines Orchesters, der deswegen kein konkretes Instrument in diesem Augenblick spielt, weil er die Gegenwart ist für die Entfaltung der Instrumente, an der sich die Instrumente messen und hören können, weil er selbst keinen Ton von sich gibt. Würde er dann ständig brüllen und summen und so weiter hätten wir eine Zusatzmelodie und um die geht es ja nicht. Dann würde sich der Dirigent wieder selber darstellen. Also passt gut auf von der Seite der Lehrer, weil wir manchmal Lehrer sind, manchmal sind wir aber auch Schüler, egal wer von uns. Und für beide Seiten ist eine Wachheit und Verantwortung die Grundvoraussetzung für diesen Weg. Nicht, dass wir uns in Abhängigkeiten begeben, weil das, um was es ist, wir sind es. Wir haben es. Und diese Form der Abhängigkeit und des Bedürfnisses brauchen wir nicht. Und ich hoffe, dass wir auch Lehrern begegnen, die den Mut haben und die Standfertigkeit haben, uns auf uns zurückzuwerfen. Und wir auch als Schüler den Mut haben, bei uns zu schauen und nicht uns in Abhängigkeit zu begeben und hoffen, wir bekommen es. Und diese Dynamik wird uns wahrscheinlich lange erhalten bleiben, aber sie kann hoffentlich sehr fruchtbar werden. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.